Hey ihr, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video auf SimplyCuddy. Momentan kommt ihr ja leider nicht so viel, das liegt einfach daran, dass ich extrem viel um die Ohren habe. Aber ich bin jetzt angeschrieben worden, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ich habe ja mal magnetische Wimpern getestet, weil ich ganz gerne eine Alternative haben wollte zu Wimperntusche. Und vor allen Dingen auch eine Alternative, die man in der Kamera auch wirklich ordentlich sieht, weil es ist immer so, dass man, wenn man in der Kamera sitzt, egal ob so eine normale, wie ich jetzt hier gerade aufnehme, oder auch die Webcam für die Let's Plays, dass man dann immer viel, viel mehr Make-up auftragen muss, damit man überhaupt so ein bisschen was sieht. Und da war ich auf der Suche nach anderen Wimpern gewesen, hatte schon mal ein paar magnetische getestet. Jetzt ist vor einer Weile eine Firma auf mich zugekommen, hat mich angeschrieben, ob ich nicht mal ihre magnetischen Wimpern testen wollen würde. Und das mache ich sehr gerne, weil ich bin immer noch so ein bisschen am probieren und am rumsuchen. Und zwar ist das die Firma bzw. die Internetseite Belle Chloé. Ich hoffe, so wird es ausgesprochen. Ich werde es euch auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bin sehr gespannt, wie die Wimpern sind. Die sind jetzt vor ein paar Tagen angekommen. Dauert ein bisschen. Ich glaube, die kommen aus China. Und die kommen hier in so einer kleinen Pappbox. Die sind erstmal noch in so einem Kunststoffteil, in so einer Kunststofftüte verpackt. Und dann haben wir hier Wake-up-Make-up draufstehen. Und das ist erstmal, ich hatte das schon einmal auf. Und ich muss sagen, ich finde es total süß verpackt, weil das kommt hier erstmal in so einer, wie gesagt, in so einem Karton. Und hier ist nochmal so ein Papier drumherum. Also die sind echt ordentlich verpackt. Sehr, sehr edel finde ich. Sehr elegant. Jetzt raschelt das hier mal ganz kurz ein bisschen. Ich wickele das mal eben aus. Die sind wirklich sehr gut verpackt. Dann haben wir das Ganze hier nochmal in so einer kleinen Pappbox. Und hier haben wir hinten eine kleine Beschreibung stehen, wie wir denn die magnetischen Wimpern anbringen sollen. Ich mache das nie so. Ich mache das. Ich habe das auf meine eigene Art und Weise. Hier steht jetzt drauf, dass man den Applikator horizontal halten soll und die Wimpern einfach so zusammendrücken soll. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch schon versucht und ich komme damit nicht so klar. Ich mache das lieber immer einzeln. Hat aber auch zur Folge, dass ich euch das nicht so gut zeigen kann. Machen wir das Ganze jetzt auf. Seht ihr? Sorry übrigens für meinen unschönen Lock-Hintergrund. Ich habe einfach immer noch nichts Schöneres. Wenn ich ein bisschen Platz brauche und einen Tisch zumindest nicht. So, wir haben hier zum einen haben wir direkt so einen Wimpern-Applikator, so einen magnetischen dabei. Den lege ich jetzt aber weg, weil wie gesagt, damit kommt mich nicht so gut klar. Und dann haben wir hier in einer Box hoch. Hier haben wir auch nochmal eine Beschreibung, wie das funktioniert. Und hier haben wir jetzt in dieser Box haben wir die Wimpern drin. Und ich finde das richtig schön, wie die verpackt sind, weil ich zeige es euch mal gerade. Das ist super angenehm. Wir haben zum einen haben wir einen kleinen Spiegel. So steht jetzt hier die Kamera. Da oben habe ich noch ein Licht. Und dann haben wir hier auf diesem Glitzer so magnetisch die Wimpern nochmal angebracht. Das heißt, sie sind direkt schön geordnet. Steht sogar immer bei, welche Wimper für was ist. Und ja, sie können nicht durcheinander fallen. Das hier sind jetzt die zweitkleinsten Wimpern. Das ist die Natural-Ausgabe. Es gibt sie noch kleiner. Ich war am überlegen, ob ich die hier nehme oder die noch kleinere, die Sporty. Es gibt noch die Demi, Wispies, glaube ich, heißen die da auch. Und Dramatic. Die sind natürlich richtig krass. Ich wollte ganz gerne auch welche, die ich mal alltagstechnisch tragen kann, die ich aber auch für die Cam nehmen kann. Momentan trage ich immer halbe, wenn ich welche drauf habe. Momentan habe ich jetzt übrigens gerade gar kein Make-up drauf. Und ja, was ich hier gut finde, ist, dass die unteren direkt in Einzelteilen sind. Warum finde ich das gut? Ich habe das bislang immer so gemacht, dass ich mir die Wimpern dann zurecht geschnitten habe, die unteren. Weil ihr müsst euch das ja vorstellen, wenn ihr jetzt Wimpern habt, die ihr klebt, dann habt ihr ja nur den oberen Wimpernkranz. Und der legt sich dann nur hier oben. Ich setze, glaube ich, die Brille schon mal ab. Dann sieht man zwar leider meine Augenringe, aber egal. Die muss gleich eh weg. Dann hat man ja nur hier oben die Wimpern. Hat man jetzt aber diese, diese, das hier doppelt. Das lange. Dann ist das hoch. Dann ist das einfach zu viel, weil dann werden ja die eigenen Wimpern da rein eingeschlossen. Das ist dann einfach nur so richtig fett und schwarz. Und dadurch sieht es halt nochmal voller aus und unnatürlicher. Deswegen habe ich mir die unteren immer zurecht geschnitten, dass ich da wirklich nur die, ähm, die Magneten hatte zum drunter packen. Und das muss ich hier nicht machen. Freut mich sehr. Und, äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich die aufgetragen kriege. Ich bin mal gespannt, wie groß die sind. Ich nehme jetzt erstmal die rechten. Ähm, ich habe hier eine, eine, eine Pinzette. Die ist nicht antimagnetisch. Nicht nicht magnetisch. Sie ist auf jeden Fall magnetisch. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Damit bleibt man leicht hängen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die sich nicht direkt vom Auge wieder runterzieht. Aber ich komme damit eigentlich relativ gut klar. Und jetzt bin ich nämlich erstmal gespannt, wie lang die überhaupt sind. Wie breit die sind. Ich hoffe, dass die nicht viel zu breit sind für mein Auge. Das ist nämlich oft das Problem. Das ist der Nachteil nämlich bei den magnetischen. Da kann man sich den oberen Wimpernkranz natürlich nicht zuschneiden. Das geht in dem Fall nicht. Weil wir ja hier wirklich die Magnete brauchen. Und wenn ich mir die jetzt mal hier drauf lege. Ich hätte mir vielleicht die Haare anders machen sollen. Könnte durchaus passen. Die liegen jetzt natürlich komisch. Ähm, das ist klar. Weil die müssen dann ja mit den Wimpern noch einschnappen. Ich mache das sowieso so, dass ich mir die immer lieber ein bisschen zu weit hinten hinlege. Weil die unteren Magneten, die ziehen das dann quasi runter. Und wenn ich mir dann so ein bisschen das Augenlid einklemme, dann rutscht das irgendwann noch runter. Und dann passt das perfekt. Also die könnten tatsächlich wirklich passen von der Länge her, von der Breite her. Ähm, ich bin noch einfach mega untalentiert, das in der Kamera zu machen. Deswegen habe ich da links neben mir noch einen Spiegel stehen. Ich werde jetzt mal probieren, die, ähm, draufzupacken. Oder ich zeige euch einmal ganz kurz, wie ich das mache. So, und inzwischen sind jetzt die Wimpern schon wieder verrutscht. Aber so seht ihr das. Und dann packe ich das alles halt nacheinander runter. Ähm, konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil man muss dann schon ein bisschen schneller sein, ansonsten verrutschen die Wimpern wieder. Und wenn die Kamera so ewig lang braucht, um scharf zu stellen, dann ist das ein bisschen suboptimal. Deswegen mache ich das jetzt mal drüben in dem Spiegel. Werde die jetzt mal anbringen, wie ich die anderen auch immer anbringe. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an, würde ich sagen. Schon mal auf einer Seite. Dann hat man schon mal so einen Vergleich, wie sieht es aus ohne und mit. Und dann kann ich auch mal noch die Brille aufsetzen. Und, äh, ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich mache die jetzt erst mal drauf und dann mal gucken, wie es aussieht. So, ich glaube, ich sitze jetzt ein bisschen näher in der Kamera als eben, aber das macht nichts. Ich muss ja gleich sowieso auf das Auge ranzoomen. Das ging jetzt relativ schnell. Wir sind noch nicht perfekt drauf. Ähm, und man sieht hier, dass es sich so ein bisschen abhebt. Jetzt sieht man es so ein bisschen. Ich glaube aber, wenn man sich jetzt hier irgendwie einen schönen Eyeliner zieht, dass man das dann kaum noch sieht, dass hier das Wimpernbändchen so ein kleines bisschen, ähm, absteht. Ich finde aber, die sind echt cool. Man muss aber echt ein bisschen aufpassen. Die Magneten sind schon wirklich ziemlich stark. Und, äh, ja, die gehen super schnell zusammen. Das heißt, man muss wirklich so ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist aber alles so eine Sache der Übung. Mittlerweile komme ich damit recht gut klar. Ich habe jetzt bis die drauf war, habe ich zwei, drei Minuten gebraucht. Und jetzt mal die Brille aufsetze. Ich bin gespannt. Was immer lustig ist, wenn ihr künstliche Wimpern drauf habt, egal ob magnetisch oder zum Kleben, ihr habt immer, weil die so super lang sind und länger als eure normalen, habt ihr immer das Gefühl, als ob ihr so einen Schatten über dem Auge hättet. Das ist ein bisschen, ein bisschen ungewohnt. So, und jetzt guckt mal, wie das mit der Brille wirkt. Ich habe die Brille, es spiegelt halt leider ein bisschen alles. Obwohl ich die Brille eigentlich entspiegelt gekauft habe, ist sie nicht wirklich entspiegelt. Aber guck mal hier, wenn ich jetzt die Brille auch drüber habe, dann fällt das kaum auf, dass ich da überhaupt was Künstliches drauf habe. Aber man sieht halt trotz allem einen Unterschied. Man sieht halt irgendwie, es sieht schick aus. Und ja, ich mag das ganz gerne. Ich finde das echt ganz hübsch. Ich finde übrigens gerade es nicht hübsch, mich in der Kamera zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schlimm gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, einfach der Kamerawinkel ist gerade ziemlich ungünstig. Die Saison hier wackeln, war mal ganz kurz so ein bisschen. Ich mag nicht gerne Vlogs irgendwie von mir machen oder so. Das ist immer... Ich mag mich nicht... Ich mag das nicht, wenn man mich groß in der Kamera sieht. Das ist nicht so... Ist nicht so meins. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Ihr wart gerade live beim Justieren der Kamera dabei. Und ja, also wenn ihr das jetzt hier so seht, ich finde es gut. Ich finde es echt gut. Wie gesagt, das sind jetzt noch die Größeren. Die Sporties finde ich auch sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, die probiere ich sogar mal noch aus. Die besorge ich mir mal noch. Die Wimpern liegen jetzt, glaube ich, bei so um die 20 Euro. Sind also nicht ganz günstig. Man muss sich aber mal überlegen, dass man die magnetischen Wimpern wirklich super lang tragen kann. Ich hatte jetzt schon magnetische Wimpern drauf. Zu Gamescom. Meine halben. Und die haben wirklich... Die haben den ganzen Tag gehalten, ohne dass ich vorher irgendwie vorgetuscht habe. Dann soll ja die Haltbarkeit noch verlängert werden. Die sind nicht abgefallen. Die sind nie verrutscht. Die haben den ganzen Tag wirklich... Die haben zwölf Stunden, länger als zwölf Stunden, perfekt durchgehalten. Und man muss sie halt nicht reinigen. Das finde ich persönlich einen großen, großen Vorteil gegenüber denen zum Kleben. Und deswegen ist es mir auch den Aufpreis wert. Weil zum Kleben, die muss man sich viel, viel häufiger neu kaufen. Man hat den Aufwand mit dem Reinigen. Man muss einen guten Kleber kaufen. Das fällt natürlich hier bei den magnetischen komplett weg. Und deswegen mag ich die magnetischen definitiv lieber. Und ich werde jetzt mal noch die andere Seite drauf machen. Bin gespannt, wie das dann aussieht. Ich hoffe, ich kriege es hin. Links ist immer so meine schwache Seite. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. So, jetzt ist auch das linke Auge fertig. Da habe ich mir dann ein bisschen einen abgebrochen. Habe mir auch immer mit der Pizette ins Auge gepikst. Ja, links kriege ich halt immer nicht so gut hin. Aber auch hier hält es jetzt eigentlich ganz gut. Hier sieht man so ein bisschen das Problem, dass ich sie vorne nicht perfekt hinbekommen habe. Das ist auch so ein bisschen so eine Übungssache. Sie können natürlich auch für die einzelnen Augen zu lang sein. Hier rechts sieht man aber, dass es sehr gut passt. Links habe ich einfach nicht den perfekten Moment erwischt. Ja, und wenn ich jetzt mal so ein bisschen in meinem Stuhl zurückgehe und mich zurücklehne, dann seht ihr, dass das eigentlich so in der Cam richtig gut wirkt. Soweit ich das sehe. Ich sehe nicht viel, weil ich keine Brille auf habe. Und das hole ich jetzt nach. So. Und guck mal. Also ich finde, das sieht richtig gut aus, oder? Hier gehe ich jetzt auch nochmal nah ran. Da fällt es dann, finde ich, auch schon gar nicht mehr so auf, dass es vielleicht nicht perfekt mit dem Auge abschließt. Ich finde, auch hier hat sich das jetzt schon gebessert noch zum Zeitpunkt, seitdem ich die drauf habe. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube schon. Ich habe nämlich mal so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Wimpern auch im Nachhinein noch ein bisschen anpassen. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt verbürsten. Würde ich mich jetzt aber auch mit Klebewimpern nicht trauen, weil dann hat man halt wieder das Risiko, dass man sie runterzieht. Ich persönlich bin so sehr zufrieden, muss ich sagen. Und mir gefallen die sehr gut. Gerade eben, wie gesagt, für die Kamera darf es ein bisschen mehr sein, ruhig mal. Finde ich sehr, sehr schön. Mir gefallen die aber auch mit der Brille durchaus auch für den Alltag. Da würde ich dann vielleicht trotzdem noch auf die Sporty zurückgreifen. Ich glaube, die werde ich mir tatsächlich mal noch bestellen, wenn ich gerade das Geld dafür übrig haben sollte. Oder ich wünsche sie mir mal noch irgendwie vielleicht zu Ostern oder sowas. Oder zu Weihnachten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die wirklich gut, die Wimpern. Und das sind jetzt, wie gesagt, das sind die zweitgrößten. Die gibt es auch noch in noch zwei größeren Stufen. Und eben auch noch einmal kleiner, was ich sehr, sehr gut finde. Wie gesagt, die Sportys. Die dürften dann wirklich, also ich finde die ja eigentlich schon nahezu alltagstauglich. Und ich denke, die Sporty sind dann richtig gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Hier sind ja sogar noch zwei übrig. Ich weiß nicht genau, wofür die sein sollen, aber macht nichts. Ich finde die Box sehr, sehr praktisch. So kann man sie auch wunderbar irgendwo mit hinnehmen, wenn man jetzt im Urlaub unterwegs ist und man möchte da vielleicht mal weggehen und möchte sich die Wimpern drauf machen. Dann hat man eben hier diese schöne Box noch dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche von den Wimpern, die ich jetzt bislang alle getestet habe, welche euch da am besten gefallen haben. Ich persönlich muss sagen, dass ich die jetzt hier von den Komplettwimpern, die wirklich bei den ganzen Kranz gehen, fand ich die hier definitiv am angenehmsten zum Auftragen. Plus eben, dass sie den Vorteil noch haben von dieser kleinen Box, weil die anderen, die ich bislang hatte, die kompletten, die waren auch gut. Musste ich mir aber zum einen dann unten selber zurechtschneiden und ich hatte nicht so eine praktische Box. Die waren nämlich in dieser Packung festgeklebt und das ist dann halt wieder blöd. Da muss man erstmal wieder noch einen Ort finden, wo man die aufbewahren kann. Das Problem habe ich jetzt mit denen hier nicht. Also ich muss sagen, ich kann die echt wirklich empfehlen. Bislang mein Favorit vor allen Dingen. Das hier, das ist so die Größe, die ich sie bei den anderen auch hatte. Wenn ich jetzt überlege, dass es die nochmal in kleiner gibt, ich hatte ja die ganze Zeit gehofft, dass ich noch irgendwie noch kleinere, noch dezentere magnetische Wimpern finde, aber mir sind die meisten künstlichen Wimpern immer gleich viel zu heftig. Deswegen freue ich mich auch sehr, die noch kürzeren auch mal noch auszuprobieren. Wie gesagt, ich denke mal, die wünsche ich mir dann mal zu Weihnachten oder sowas. Finde ich wirklich gut. Von daher, ich muss sagen, die hier kann ich wirklich empfehlen, wenn das jemand mal ausprobieren möchte. Es ist natürlich ein bisschen teurer. Das heißt, wenn ihr momentan noch gar keine Erfahrung damit habt, ob ihr mit den magnetischen klarkommt, dann könnt ihr auch erstmal vielleicht irgendwas günstigeres zum Ausprobieren nehmen. Aber die hier, die sind wirklich eine gute Wahl. Wenn man schon für sich entschieden hat, okay, magnetische Wimpern sind wirklich was für mich, das möchte ich gerne häufiger nutzen, dann kann ich die wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Link nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ja, demnächst kommt dann noch das Video, wie ich mich zum Sport motiviere. Da habe ich dann übrigens die halben Wimpern drauf. Seht ihr dann auch mal im Vergleich. Und schreibt mir doch auch mal bitte in die Kommentare, wie wünscht ihr euch das für die Zeichenvideos? Ich habe nämlich noch jede Menge Zeichenvideos auf Lager, aber ich weiß nicht, was ich da großartig immer zu erzählen soll. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch langweilig, wenn ich gar nichts dazu erzähle. Habt ihr irgendwas, was euch da interessieren würde? Dann schreibt es doch auch gerne mal in die Kommentare. Und dann macht es gut. Bis dahin. Und Dankeschön nochmal. Thank you an Belle-Chloe für diese Wimpern. Ich freue mich wirklich drüber. Ich bin happy. Ein fettes Smile im Gesicht. Ja, ich freue mich drüber. Und die werde ich mit Sicherheit regelmäßig nutzen. Also dann, ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Meinung. Und dann macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.